und damit ein herzliches willkommen zurück zu kenia auf der bricht ja in der letzten folge hatten sie irgendwie festgepackt und ich wurde eigentlich nur dahinten diese brücke darauf machen und es tut mir leid dass es so geendet ist abhobt da hier sind auch noch gegner willst du mich komplett ja 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 Ich muss auch noch von den Gegnern wieder überfallen. Was ist das denn? Boah, runter mit dem Ding. Jetzt sind die Gegner weg, oder? Ja, jetzt sind sie so. Können sie ein bisschen umgucken hier noch, das sind welche drin waren eigentlich. Ich weiß jetzt nicht, ob wir uns so langsam am Ende des Spiel hin bewegen, das weiß ich nicht, aber wenn schon, dann möchte ich noch ein bisschen durchgucken, was man hier so mitnehmen kann, denn auch wenn das wirklich das Spiel war, doch es hat mir Spaß gemacht. Vor allem nicht, wie wir unsere Kenia vermissen müssen. Also, sie ist ein Top-Girl, muss ich sagen. Nein, ich möchte keine Fertifitschen oder so'n Scheiß, man hätte ich hier gar nicht hatten. So, wir wollen mal gucken, äh, wir haben hier nix, okay, gut. Dann begeben wir uns mal schnustracks der Hauptstory. Was wir sowieso schon die ganze Zeit eigentlich getan haben, weil... Können wir noch mit ihm reden? Hmm? Ihr dash allows you to exist briefly in both the physical and spirit realms. Use it to evade attacks or move in quickly against enemies. wir müssen jetzt nach oben wir machen jetzt ein bisschen einfach mal ein bisschen die folge länger weil ich sehe gerade ich habe noch gut zeit mal gucken ich hoffe kein boss kampf jetzt gleich ok freunde ich bin ich bin bisschen hart heute ja das wird ein boss kampf was schlimmes wird hier passieren hier wird was schlimmes passieren ok freunde ich sage dann erstmal jetzt ciao mit v weil ich werde nicht diesen kampf jetzt hier angehen weil der wird der wird bestimmt hart habe ich mir sicher das wird hier wirklich der end fight vom fight ist und das große finale ich schätze das gehen wir dann ein in den nächsten folgen ein bis dahin ciao mit v